Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2, hier bei der wahrscheinlich letzten Folge. In der letzten Folge haben wir die Wahrheit herausgefunden, jetzt gibt es nur noch... Der Wahrheit. Der Wahrheit. Jetzt gibt es nur noch in der... War das in der Toskana? Nein, es war in Vorliegen. Weiß ich nicht. Hallo, ich bin auch da. Hallo Lukas. Entschuldigung. Hallo Leo. Hallo, hallo Len16. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du geboren bist, hätten dich sonst nicht vermisst. Ich hab dich bisher nicht vermisst. So, wir sind hier und da hinten finden wir noch ein A. Das A steht für Assassine. Einfach dieses A steht. Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. Welcher Name? Von dem einen Fußballspieler. Oh Gott, das wäre nein. Hier gibt es so schöne Witze. Gibt es jemanden, der hier scheißt? Nein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau es war. Ich gehe mal weiter nach oben, oder? Ich schaue mal nach oben, weil runterkommen... Wenn du da hochgehen kannst, bist du ziemlich gut, aber ja. Ja. Sehr witzig. Ich klettere mal hoch. Das halte ich für eine gute Idee. Glaube ich auch. Dass ich das für eine gute Idee halte. Richtig. Mann, bist du gut. Wie gesagt, ich fette da hier hoch. Kartenord... Na, mithilfe der Karte können sie Ziele und Nebenmissionen finden. Im Kartenordnen... Blablablablablablablablablablablablablabla. Sondererinnerung. Marker setzen. Wird uns wahrscheinlich gleich sagen, ob über uns oder unter uns. Nein, wird er nicht. Ganz oben. Oder? In der Mitte. Ich glaube, es war... Egal, ich kletter mal ganz nach oben. Lass der Leo ganz oben auf. Ah, da ist er. Juhu. Nice. I wanna fly. Fly. Ich glaube, das wird ziemlich kurz. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Mir wurde nichts gesagt. Ich bin doch über Feuer geflogen, oder? Ja, aber zu niedrig. Du meinst zu weit oben. Ja, ja. Ah. Ah. Logisch. Voll logisch. Ich glaube, ich muss nach Vorarlie, oder? Ey, ich habe keinen Schimmer. Du hast doch nicht meine Zielanzeige. Richtig. Voll ja, einfach mal den Feuern. Ähm. Ich glaube, damit kann man nicht so viel fallen. So. Schmacken. Karte. Bitte. Ähm. Wirklich? Oder musst du nur eine Feuer abfliegen? Natürlich. Nein, glaube ich nicht. Ich... Hä? Das ist meine Mission. Ich bin da. Er ist auf einer Mission. Guck mal, er steht... Normalerweise ist doch hier so ein Kasten, oder? Auf einer Mission, deren Ziel er nicht kennt. Ähm... Ähm... Vielleicht muss ich ja... Uh! Nein. Gegner ab... Ab... Äh... Holzen. Das ist ja nicht. Das ist mit Holz aus. Es tut leid. Dann sind noch zwei Gegner. Na gut, äh... Krieg ich ja nicht. Keine, die du beschossen bist in das Holz. Nein, nein. Hä? Zu da oben. Wie konnte ich nochmal... Ich muss doch nur angesehen, ne? Ich glaub schon. Flugmaschine hat Leben. Und ich... Vielleicht ist das einfach nur eine Überlebenskursion. Genieß die Aussicht und bleib nicht abgeschossen. Drücken, um Gegner zu erfassen und zu treten. Ist... Da oben, da oben. Ich hab ihn doch erfasst. Ich hab ihn doch... Ich glaub, die Richtung muss so halbwegs stimmen. Hat ihn doch erfasst, Mensch. Mensch, Meier und Käse. Was hat das jetzt mit Käse zu viel? Eine ganze Menge. Von der Missionsbeschreibung dieser Prüterkäse, ne? So, wuuuuh. Auf meine Hände müssen... Irgendwann oben, ja. Anvisieren. Ich hab ihn doch anvisiert. Ich hab ihn doch... Mit Kreis kannst du auch einfach absteigen, ne? Kreis. B. B. Mhm. Ich will jetzt aber einen runterstoßen. Ich will jetzt aber eintreten. Ja. Das Spiel sagt mir, dass ich das machen kann, also mach ich das auch. Verdammt. Ja, das volle Potenzial des Spiels ausschöpfen. Da. Boom. Ja, dann hat vorhin nur der Anfluglichting nicht gestimmt. Und das ändert gar nichts. Boom. Ich dachte, vielleicht kommt dann irgendwie ein Counter. Feuer? Feuer wäre jetzt ganz nützlich. Wahrscheinlich ist es wirklich nur fliegen. Hups. Du bist gegen den Baum geflogen. Und jetzt? Vielleicht ist es so ne... Das ist wirklich nur fliegen. Ah, okay. Das ist Aussicht genießen und durch die Gegend fliegen. Mehr war das nicht. Boah. Boah. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich finde es jetzt auch ein bisschen schade gerade. Jetzt bin ich enttäuscht. Schauen wir mal in die DNA rein, weil das wäre jetzt sehr wenig. Sequenz 1, 2, 3, 4, da wird ja keine Sachen mehr sein. Ich habe mich gerade gefragt, was die Zahlen da drunter heißen. Ah, Jahreszahlen. Ja, Jahreszahlen. Genau, das ist so ein... Ja. Sequenz 13. Fegefeuer der Eitelkeiten. Vini, Vidi, Vici. Aussichtspunkte haben wir 12 noch nicht. Er kam, sah und sagte, dass zu viel Nebel sei. Oh Gott. Assassin Grab haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Auto. Federn haben wir 22 von 100. Schlägereien haben wir noch keine gemacht. Rennen haben wir keine gemacht. Attentate haben wir keine gemacht. Kuriere haben wir keine gemacht. Schätze haben wir ein paar gefunden. Und das ist es eigentlich auch schon. Es gibt keine Missionen mehr. Ich war mistaken. Ich habe mit Steaks nichts zu tun, oder? Lose Enden. Egal. Ja, dann bleibt mir wohl jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs... Ich weiß, das hat keinen Zusammenhang, aber ich finde es lustig. Das ist das... Ähm... Aprilab. Ne, auch nicht. Wir haben den Oktober, Oktober. Ja, wenn die draußen ist, ist es schon lange November. Oh. Dann müssen wir die Folie einfach so ein bisschen strecken. Ja, mit ein bisschen Mehl. Dann merkt das auch keiner. Du streckst... Mehl ist zum Verdicken da von Soßen. Zum Strecken würdest du dir Wasser reinmachen. Aber wenn du so ein weißes Pulver strecken willst, dann machst du es am besten mit weißem Pulver. Ach, okay. Ja. Kein Salz? Das tut weh in der Nase. Das würde man, glaube ich, merken. Oh. Hast du es gestrickt? Nein, es ist besonders rein. Das muss so sein. Das ist noch mineralisiert. Nein. Jetzt ist es auch noch gesund. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, wir rennen hier. Rennen, 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 rennen. Keine Schande über euch, falls ihr jetzt abgeschaltet haben solltet. Ich habe echt gedacht, da wäre noch was Tolles, aber... Scheinbar nicht egal. Komm, wir ertränken uns. Wie dem auch sei, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei einem neuen Let's Play wieder. Voraussichtlich Assassin's Creed Barbarhood. Vielen Dank fürs Zuschauen und Lukas sagt... Wack, wack.